Oh, nein. Hört ihr jetzt auf, das ist nicht nötig. Was zur Hölle, mach ich da! Doch, du musst jetzt, wir müssen jetzt einfach wieder genauso machen. Warte mal. Ja, dann mach mal hier. Geh nochmal zurück. Sag's jetzt das Portal. Und wieder rein. Ein bisschen wogeln. Boah. Warte mal. Oh. Ey, warte mal. Ey, warte mal. Ey, warte mal. Überraschung zum Ammo. Alter Troll. Nein, ähm. Ich weiß, du darfst zwar keine Portale umsetzen, aber... Ja doch, Marius. Geh da jetzt hoch und mach eben da, da rein und hier, da. Tausch die aus und geh da einfach rein. Was? Mach mal dein rotes Tiefer. Ein bisschen. Ja. Jetzt bin ich wieder hier oben. Cool. Oh, shit. So. Endert bringt nichts. Ja, wie soll ich denn die setzen? Da, kacke. Warte mal. Ich, ich weil... Ne, ich weiß immer noch nicht. Ja, man. Ich weiß, du darfst zwar kein Portal umsetzen, aber verdammt. Ich... Äh... Ne, nicht so. Vielleicht... Oh, ich hab keine Ahnung. Immer wenn ich keine Ahnung hab, krieg ich schlechte Laune und will dich anschreien. Äh... Also genau dasselbe, wenn ich gute Laune hab. Warte, ich glaub ich hab was. Ja? Ja. Ja, ähm... So. Ich glaub ich kann nämlich jetzt... So, ich hab das blaue da oben. Ich hab das blaue da wo's hingehört. So, so neue Laser hinbekommen. Ich hätt den Laser dahin liegen sollen, oder? Ja, hätt ich machen sollen. Okay, ich weiß wie wir's hinbekommen. Na! Okay, ich dachte schon. So, okay. Ähm... Äh... Äh... Ja, warum schwebst du jetzt hier? Oh, ich schweb jetzt der Wille, ist doch klar. Ne, genau, ich muss nicht hin. Ne, mach mal eben nicht hin. Ja, ich sitz nur wieder da genau hin. So. Jetzt. Aua. Ah, ich kann das sehen. Ich kann das von dir treffen, glaub ich. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Setz mal den Laser weg. Ja. Ein Stückchen nur. Genau. Achtung. Das bringt uns aber nicht so vor... Doch, wo bringt das hin? Mach. Ja, es ist da. Es ist da. Es ist da. Es ist motherfucking da. Jetzt musst du nur noch da hinten dann... Ist drin. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es ist vollbracht. Jetzt müssen wir da nur noch hingehen. Das können wir, wir können da durchgehen. Komm. Oh. Oh ja, oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein. Große Gesten haben wir. What the fuck? Was soll ne, mach ich da? Wollt ihr mich damit ärger? Äh, what? Oh. Ching, Han Ching, Boong. What the fuck? Da, Ali, oh, was ist der Gott ja? Ich mach mal. Loll, wenn man, der schießt ja und macht einen Random Portal. Ja, mach das nochmal. Mach das, mach das nochmal. Mach das nochmal. Warte, vielleicht kann ich dich nicht anschießen. Bleib mal genau da stehen. Achtung, genau, warte, so, so, warte, ja, und so. Davon kriegst du wohl nie genug. Lol. Weiß der Okago bei Aperture Slime. Was will das hier machen? Oh, tschiii, hui, drum drum, bum bum. Genau. Warte. Warte, bleib mal, warte, 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 nicht da rein, nicht da rein. Oh, ich kann hier gar keine Gesten machen. Jetzt haben wir alle Gesten freigeschaltet, wie traurig. Ich hab mich so auf meine neuen Gesten gefreut. Okay. Ganz beschärft, ja. Oh mein Gott. Das ist echt eine Erleichterung, ey. Das war echt so eine Kacke, wie das eine, wo wir auch von einer halben Stunde für gebraucht haben. Ja, ey, das war noch kack, obwohl, ne, das war kackiger. Das war einfacher. Das ist, wow. Es hätte wirklich nur einer hochgemust, dann hätte gereicht. Aber wir haben es irgendwo mit ihm bekommen. Wir sind einfach die Krö... Wir haben es einfach nicht drauf. Aber scheißegal. Immer fünf von uns. Ja, 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 ja. Ja, sehr gut. Ja, natürlich vertraue ich ihm. Solltest du aber nicht. Ja, warte mal. Ich bin nicht der erste Teampartner von dir. Vertraust du mir jetzt noch? Ja. Hab deinen Körper. Ja, aber... Weil ich... Tritt dir gegen dein Gesicht. Oh, ja, ja. Oh, da hab ich ja Lust drauf. Hey, wuuu. Oh. Party, Party, Party. Ich glaub so langsam, ey, könnte ich auch mal ne Aufnahmepause vertragen, ey. Mein Gehirn ist im Arsch. Ja, stimmt, meins auch nach der einen Kacke da. Oh, die hat mich aber ganz schön... Aua, 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 aua. Als ob ich Tourette-Tourette in meinem Kopf hätte, ey. Aua, 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 aua. Warte? Das ist, du hast, du's belebt. Hey, warte, nein, nein. Krabbus, oh man. Wir müssen, der ist nicht den Cupid setzen. Oder ich komm so durch. Mann, okay, ich. Du bist, du bist. Oh, scheiße. Aua, 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 aua. Ey, Ronny, mönng! einmal bitte kein Portal versetzen du musst unten bleiben glaube ich obwohl komm mit es ist so gut und so ist es ist so gut und so ist Zegs es ist so gut und wo können auch es ist so gut und tickt ist kann sich nicht mehr in den Orgina Sanz Prozent Karte Ninja das war schön hier Fick dich. Du willst eine Herausforderung? Du willst mit mir? Don't fuck with me. Okay, ich hab dich nicht getroffen. Tu, Alter. Okay, was macht er? Okay, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurück. Ich hab keine Ahnung, wie wir zurückkommen. Oh, ich weiß aber dazu... Hm, Geronimo... Super, Ben, danke. Danke, Ben, super. Ja, ich muss den Kacktei jetzt umdrehen lassen, dann geht das. Ach, man kann auch umdrehen, cool. Ja, hier mit dem Wobel. Es habe ich gesagt, einer muss zurückbleiben, aber nein, nicht mit Benjamin. Und wenn ich nicht liebte, dann muss ich hier oben bleiben, ne? Ja. Oh, Mann. Gott, das ist so... Wollen wir mit von diesem... Licht, was auch immer, immer so schlimm. Oh, danke, Ben. Darf ich jetzt endlich zurückgezogen, Ben? Das ist aber nett, ey. So. So. Jetzt, äh, warte mal. Schieß mal, das Ding da hoch. Den Cube. Nein. Schieß einfach den... Nicht da. Hier. Schieß hoch. Warte mal. Guck mal auf mich. Warte, warum ging er jetzt? Das sieht aus, wie du klettern würdest irgendwie. Aber weil du eh nur Scheiße machst. Ah, ich konnte den gerade weglegen. Nein. Nein, 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 nein Ich komme nicht drauf. Oh man, du bist auch behindert. Doch, natürlich komme ich drauf. Komm her, Ballon. Boah, das ist der Ballon. Achtung. Geh weg, Ben. Lass den Cube alleine. Oder warte mal. Wir wissen einfach nicht weiter. Vielleicht nennen wir die Auflösung den nächsten Part, Ben. Das ist echt ein riesengroßes Rätsel, weißt du? Nein. Ich sehe es schon, du kommst, dass der Cube hier gleich runterfällt. Ah, jetzt lass dich einfach fallen, verdammt. Oder so. Jawohl. Schöner bestanden. Ihr wisst, dass ich nicht zu... Orange, nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob er dir vertraut. Jetzt hab ich aber keine Zeit mehr. Du bist mein Lieblings- Okay. Es ist die Bende. Tut mir leid. Ich bin ihr Lieblings-Gelägt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, denn und ja, doch noch ein lustigen Entschwuch. Äh, denn der Kala, der geht jetzt richtig, wo es stören. Knallgas! Tschüss.